Premium Wanderweg Hochgebirge Wanderung Nummer 3 Hochgekämpft Wir waren auf Tour auf dem Premium Wanderweg Hochgekämpft aus der Reihe der Hochgebirge. Die Wanderung fand Anfang März statt und war unsere dritte in diesem Jahr. Der Weg ist zwar nur 4,9 Kilometer lang, es sind aber 280 Höhenmeter zu bewältigen. Dauert ca. 2-3 Stunden. Der Wanderweg ist super ausgeschildert und führt über viele Single Trades durch den Wald bis hoch an den Rostburgturm. Vom Rostburg aus hat man eine super Aussicht auf die Berge der Schwäbischen Alb und über den Reutlinger Talkessel. Auf dem Rostburg selber kann man übernachten und im unteren Teil befindet sich eine tolle Gastwirtschaft mit toller Terrasse. Der Weg ist gut für Familien geeignet und bietet zum Üben von Höhen schon eine kleine Challenge. Viel Spaß beim Nachwandern! Der Weg ist gut für Familien im Auftrag des Wanderweg. Der Weg ist gut für Familien im Auftrag des Wanderweg. Untertitelung des ZDF, 2020